Von Licht passt das? Die Kunden, die wir adressieren, sind eigentlich die, die sagen, okay, pass auf, ich habe momentan einfach die Thematik, dass wir in gewissen Bereichen, sage ich mal, unseres Unternehmens einfach nicht mehr up-to-date sind. Es kann zum Beispiel sein im Bereich Analytics, dass ich mit SAC, mit SAP Analytics Cloud dementsprechend, irgendwelche Dashboards benötige, die mir vielleicht jetzt im ERP-System nicht so zur Verfügung stehen. Trotzdem schaffst du es mit dem Thema Cloud ERP, dass diese Schnittstellen, damit du Services konsumieren kannst, einfach viel schneller und von Personen auch eingeführt werden können, die jetzt dann nicht die Programmierer oder die IT-Experten sind, sondern die das aus einer Business-Perspektive betrachten. Das ist das, was sich in den letzten Jahren massiv verändert hat. Wenn ein Unternehmen flexibel sein muss, schnell sein muss, vielleicht selber nicht enorm große IT hat und selbst wenn sie eine große IT hat, die sagen, ich muss mich trotzdem schneller verändern können, dann bist du mit dem Thema Cloud wichtig und das sind eben die Themen, die wir als All4One auch vom Vertriebsansatz her sehr früh abfragen. Sehr cool, hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Danke vielmals.